Entdecke die pulsierende und boomende Stadt Mumbai, Indien. Entdecke die versteckten Juwelen, die reiche Kultur und die endlosen Möglichkeiten. Lass dir dieses außergewöhnliche Erlebnis nicht entgehen. Wenn du eine Reise nach Indien planst, solltest du auf jeden Fall einen Besuch in der aufstrebenden Stadt Mumbai in Betracht ziehen. Mit ihrer reichen Geschichte, ihrer vielfältigen Kultur und ihren Top-Touristen-Attraktionen hat Mumbai für jeden etwas zu bieten. Und mit ihrer rasanten Urbanisierung und ihren vielversprechenden Zukunftsaussichten entwickelt sich diese pulsierende Metropole zu einem wichtigen Akteur in der Weltwirtschaft. In diesem kurzen Video verraten wir dir alles, was du über Mumbai wissen musst und warum du es auf deinem Reiseradar haben solltest. Also packe deine Koffer und mach dich bereit, diese pulsierende Stadt zu erkunden. Du wirst es interessant finden, etwas über die reiche Geschichte Mumbays zu erfahren. Diese pulsierende Stadt an der Westküste Indiens hat eine Geschichte, die Jahrhunderte zurückreicht. Ursprünglich war Mumbai unter dem Namen Bombay bekannt und bestand einst aus sieben Inseln, die von Fischern bewohnt wurden. Im 16. Jahrhundert kam die Stadt unter portugiesische Herrschaft, gefolgt von den Briten im 17. Jahrhundert. Unter der britischen Kolonialherrschaft wuchs Mumbai schnell und wurde zu einem wichtigen Hafen- und Handelszentrum. Es war auch ein Zentrum der Textilindustrie und spielte eine wichtige Rolle in Indiens Unabhängigkeitskampf. Nach der Unabhängigkeit im Jahr 1947 verwandelte sich Mumbai in eine kosmopolitische Metropole, die Menschen aus ganz Indien anzog. Heute ist sie die Finanz-, Handels- und Unterhaltungsmetropole des Landes, deren reiche Geschichte die pulsierende Gegenwart prägt. Mumbai ist bekannt für seine reiche kulturelle Vielfalt. Wenn du die belebten Straßen dieser pulsierenden Stadt erkundest, wirst du auf eine faszinierende Mischung aus Traditionen, Sprachen und Religionen treffen. Von den farbenfrohen Festivals, die die Stadt zum Leuchten bringen, bis hin zu den köstlichen Straßengerichten, die deine Geschmacksnerven verführen, Mumbai bietet ein einzigartiges kulturelles Erlebnis wie kein anderes. Du kannst in die lebhaften Musik- und Tanzaufführungen eintauchen oder die zahlreichen Kunstgalerien besuchen, die sowohl traditionelle als auch zeitgenössische Werke ausstellen. Die Stadt verfügt auch über eine blühende Theaterszene, in der du dir ein Theaterstück oder eine Bollywood-Show ansehen kannst. Egal, ob du dich in den historischen Vierteln von Kulabar oder auf den geschäftigen Märkten von Dada aufhältst, die kulturelle Vielfalt Mumbais wird dich in ihren Bann ziehen und Lust auf mehr machen. Wenn du Mumbai besuchst, solltest du es nicht versäumen, einige der Top-Touristen-Attraktionen dieser pulsierenden Stadt zu erkunden. Beginne deine Reise mit einem Besuch des kultigen Getwee auf India, einem prächtigen Bogen über dem Arabischen Meer. Von dort aus kannst du in die pulsierende Atmosphäre des Kolaba Kausewei eintauchen, einem belebten Straßenmarkt, auf dem du von Kleidung bis hin zu Streetfood alles finden kannst. Vergiss nicht, die historischen Elefanterhöhlen zu erkunden, die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehören und in die Felsen gehauene Architektur zeigen. Um einen Eindruck von Mumbais reicher Geschichte zu bekommen, besuche den Chattrapati Shivaji Terminus, einen beeindruckenden Bahnhof aus der viktorianischen Zeit. Und natürlich wäre eine Reise nach Mumbai nicht vollständig, ohne die Energie und Aufregung von Bollywood, dem Herzen der indischen Filmindustrie, zu erleben. Mumbais Stadtentwicklung schreitet rasant voran und die Skyline der Stadt verändert sich ständig durch neue Hochhäuser und moderne Infrastruktur. Wenn du durch die belebten Straßen dieser pulsierenden Stadt schlenderst, kannst du nicht anders, als von den hoch aufragenden Gebäuden fasziniert zu sein, die den Himmel zu berühren scheinen. Die rasante Urbanisierung Mumbais ist ein Beweis für das Wachstum und die Entwicklung der Stadt zu einem wichtigen wirtschaftlichen und kulturellen Zentrum. Jeden Tag werden neue Gebäude gebaut, die das Stadtbild verändern und ein dynamisches visuelles Spektakel schaffen. Die Regierung und private Bauträger arbeiten unermüdlich daran, die Nachfrage der ständig wachsenden Bevölkerung zu befriedigen, was zum Bau hochmoderner Geschäfts- und Wohngebäude führt. Mumbais rasante Urbanisierung ist ein klares Zeichen für sein Bestreben, eine globale Metropole zu werden. Dank der rasanten Urbanisierung ist die Wirtschaft Mumbais für weiteres Wachstum und Entwicklung in den kommenden Jahren gerüstet. Die starke Infrastruktur, die qualifizierten Arbeitskräfte und die strategische Lage der Stadt machen sie zu einem attraktiven Ziel für Unternehmen und Investoren. Der Fokus der Regierung auf die Verbesserung der Infrastruktur, die Förderung des Unternehmertums und die Anziehung ausländischer Investitionen steigert das wirtschaftliche Potenzial der Stadt weiter. In den letzten Jahren hat Mumbai ein deutliches Wachstum in Branchen wie Finanzen, IT, Unterhaltung und Immobilien verzeichnet. Als Finanzzentrum Indiens hat sich Mumbai zu einem wichtigen Akteur in der Weltwirtschaft entwickelt. Mit über 20 Millionen Einwohnern und einer aufstrebenden Mittelschicht bietet Mumbai einen großen Verbrauchermarkt und ist damit ein idealer Standort für Unternehmen, die expandieren und florieren wollen. Insgesamt sind die Zukunftsaussichten für Mumbais Wirtschaft rosig und es wird erwartet, dass sie ihren Aufwärtstrend in den kommenden Jahren fortsetzt. Die Lebenshaltungskosten in Mumbai können je nach Lebensstil und Vorlieben variieren. Es ist wichtig, dass du Faktoren wie Wohnen, Transport und tägliche Ausgaben berücksichtigst, wenn du dein Budget für das Leben in der Stadt festlegst. Das Wohnen in Mumbai kann ziemlich teuer sein, vor allem in beliebten Gegenden wie Südmumbai und Bandra. Die Mietpreise sind hoch und es kann schwierig sein, eine bezahlbare Wohnung zu finden. Es gibt jedoch auch preiswertere Gegenden in den Vororten, in denen du relativ günstige Mieten finden kannst. Die Verkehrsmittel in Mumbai sind eine Mischung aus öffentlichen und privaten Angeboten. Die Stadt verfügt über ein gut ausgebautes öffentliches Verkehrssystem, einschließlich Bussen und Zügen, die im Allgemeinen erschwinglich sind. Allerdings können Verkehrsstaus ein großes Problem darstellen, daher solltest du die Zeit und die Kosten für das Pendeln berücksichtigen. Die täglichen Ausgaben in Mumbai können je nach Lebensstil variieren. Essen gehen in Restaurants und Cafés kann teuer sein, vor allem in trendigen Gegenden. Es gibt aber auch viele erschwingliche Möglichkeiten, auf der Straße zu essen. Lebensmittel und andere Dinge des täglichen Bedarfs sind in der Regel preisgünstig, aber es ist wichtig, die Preise zu vergleichen und klug einzukaufen. Das Verkehrssystem in Mumbai ist gut ausgebaut und effizient. Du kannst die Stadt ganz einfach mit den Nahverkehrszügen, Bussen oder Taxis erkunden. Die Nahverkehrszüge sind eine beliebte und erschwingliche Option für den täglichen Pendlerverkehr. Wenn es um beliebte lokale Gerichte und Streetfood in Mumbai geht, kannst du dich auf etwas gefasst machen. Vom leckeren Vada Puff bis zum köstlichen Puff Bayi bietet die Stadt eine breite Palette an Geschmacksrichtungen, die deine Geschmacksknospen zufriedenstellen werden. Es gibt leider auch einige Sicherheitsbedenken, die du beachten solltest. Es ist ratsam, Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, wie nachts abgelegene Gegenden zu meiden und ein Auge auf deine Sachen zu haben. Es wird dich freuen zu hören, dass Mumbai über ein gut ausgebautes Gesundheitssystem mit zahlreichen Krankenhäusern und medizinischen Einrichtungen verfügt. Die Stadt bietet eine Reihe von Gesundheitsdiensten an, die sowohl für Einwohner als auch für Touristen geeignet sind. Wenn du diese aufstrebende Stadt weiter erkundest, wirst du die spannenden Entwicklungen aus erster Hand erleben. Verpasse also nicht die Gelegenheit, die dynamische Energie und die unendlichen Möglichkeiten zu erleben, die Mumbai zu bieten hat. Gute Reise und bitten, einen Daumen nach oben da lassen. Danke dir!